Das ist mein Handy und das ist die Schachtel. Wohin legst du dein Handy, Patricia? Ich lege mein Handy auf die Schachtel. Ich lege mein Handy vor die Schachtel. Ich lege mein Handy hinter die Schachtel. Ich lege mein Handy unter die Schachtel. Ich lege mein Handy neben die Schachtel. Ich lege mein Handy in die Schachtel. Das ist die Schachtel und das ist der Einer. Wohin legst du dein Handy, Patricia? Ich lege mein Handy zwischen die Schachtel und den Einer. Das ist die Uhr. Wohin hängst du dein Ohr? Ich lege mein Ohr über die Tür. Ich lege mein Ohr an die Wand. Ich lege mein Ohr an die Wand. Wo liegt dein Handy? Dein Handy liegt auf der Schachtel. Dein Handy liegt vor der Schachtel. Dein Handy liegt hinter der Schachtel. Dein Handy liegt unter der Schachtel. Dein Handy liegt neben der Schachtel. Dein Handy liegt zwischen der Schachtel und dem Einer. Wo hängt deine Ohr an? Die Uhr hängt über der Tür. Die Uhr hängt an der Wand. Das ist eine Freundin. Okay.